Verdächtige Zeilen, ist Molly Meha Guys etwa schon da? Sind Molly Meha Gu, 23, und Tommy Furi etwa schon Eltern geworden? Die einstige britische Löff Island-Kandidatin und der Profiboxer verkündeten im September, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Die Schwangerschaft war für die Blondinen nicht immer ein Spaziergang. Vor allem ihr Körper machte der reelle DTV-Bekanntheit zu schaffen und sie fühlte sich unwohl. Ist damit jetzt Schluss? Tommy deutete an, dass Molly Meha das Kind sogar schon zur Welt gebracht hat. In seiner Instagram-Story teilte der 23-Jährige ein Foto von seiner Partnerin. Die beiden befanden sich im Zug, womöglich schon mit ihrem Neugeborenen. Aufregende Zeiten mit meinen Mädels. Schrieb Tommy zu dem Bild. Damit könnte er Molly Meha und ihre Tochter meinen. Dass die beiden ein Mädchen erwarten, hatten sie schon im Oktober bekannt gegeben. Außerdem ist die Beauty auf dem Blick mit einem Kaffee zu sehen, dabei sollten schwangere Kaffee nur in Maßen trinken. Erst vor wenigen Tagen hatte Molly Meha noch ein YouTube-Video veröffentlicht. Darin machte sie deutlich, dass es demnächst soweit sein und die Wehen einsetzen könnten. Hier bin ich. Hier ist das kleine Mädchen, voll ausgetragen. Ich bin jetzt im neunten Monat schwanger, hatte sie sich in dem Clip gefreut.